Tishto und seine Ehefrau Annika Backes werden zum zweiten Mal Eltern. Das bestätigte der DJ nach einem gemeinsamen Auftritt bei den Grammys. Tishto, 53, wird erneut Vater. Das bestätigte der DJ nach einem gemeinsamen Pärchenauftritt bei den Grammys am vergangenen Sonntag, 3. April, in einem Instagram-Post. Ich bekomme ein weiteres Baby mit der Liebe meines Lebens, schrieb er zu einem kurzen Clip, in dem er seiner Frau Annika Backes verwest einen Kuss auf den gewölbten Bauch gibt. Diese wiederum postete ein Bild der beiden in ihrem Grammys-Look und verriet. Baby Boy unterwegs Ihr Mann bestätigte mit blauen Herzchen-Emoyis unter dem Post, dass die beiden einen Jungen erwarten. Das Paar, das im September 2019 Hochzeit feierte, hat bereits eine Tochter. Viola Margret-Verwest kam im November 2020 zur Welt. Im Oktober 2020 erklärte der DJ im Interview mit Spot on News, dass seine Heirat ihn zu einem besseren Menschen gemacht hat. Ich verstehe Gefühle besser und es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man die Liebe seines Lebens heiratet. Okay, ich gebe nochmal die